Du bist nicht vorbereitet! Heute geht es um, ihr seht es vielleicht, Torgast. Könnt ihr jetzt schon seit ein paar Tagen in den Turm rumspringen. Und ich möchte mal ein Fazit fassen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Wir sind immer noch sehr, sehr viele, die die Videos angucken, aber kein Abo haben. Also Zeit wird's. Es kommt einiges hier auf euch zu in den nächsten Tagen und Wochen. Und ja, Thema Torgast. Kommen wir darauf erstmal zu sprechen. Der Titel des Videos lässt ja schon erahnen, dass ich mit dem Turm nicht ganz so happy bin. Und ich möchte jetzt, nachdem ich einige Runs in Torgast machen konnte und das jetzt schon ein paar Tage auf ist, einfach mal sinnieren, was ich finde, was aus meiner Sicht nicht gut da dran ist. Erstmal ein bisschen, um auszuholen. Ja, sagen wir so. Als ich gelesen hatte, zu den Shadowlands-Ankündigungen, dass Blizzard so einen Turm macht, wo man quasi die ganze Zeit reinrennen kann und verschiedene Ebenen und der Schwierigkeit grad wächst. Weiß ich nicht. Da dachte ich, hm, das klingt ziemlich geil. Weil zum Beispiel die Visions of the Soth mit den Masken und so weiter, das war echt richtig nice. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte gehofft, dass das ein Feature wird, was so ähnlich ist, wo man auch alleine oder mit Gruppen rein kann, sich immer neuen Herausforderungen wagt und ja, einfach darin versucht, maximal zu pushen, soweit man eben kommt. Und im Grundprinzip ist es ja so. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsgraden der Ebenen. In diesen einzelnen Ebenen klettern wir noch wieder einzelne Ebenen wieder hoch. Es wird immer schwieriger. Wir haben Features, die wir uns draufpacken können, damit unsere Fähigkeiten stärker werden. Und so weiter und so fort. Im Grundprinzip ist es alles gleiche. Aber, und da kommen wir auch schon sofort zu dem Punkt, was mir super missfällt, ähm, für mich fehlt bei Torgast einfach dieser Belohnungsfaktor. Beziehungsweise erwarte ich nicht, dass ich mit Gier zugeschmissen werde, wenn ich da reingehe. Das würde das Ganze zu einfach machen. Aber, wenn ich ehrlich bin, fehlt mir der Sinn an Torgast. Zumindest zum jetzigen Standpunkt. Und zwar ist es ja so, wir gehen da rein, um Seelenasche zu farben, mit der wir am Ende unsere Legendaries craften können. So weit, so gut. Und ich finde es auch richtig, dass man für seine Legendaries was tun muss. Ähm, im Vergleich zu Classic beispielsweise ist das ja hier gerade immer noch super, super wenig, was wir tun müssen. Bisschen Asche farben, ein Item craften oder herstellen lassen oder kaufen. Ähm, und dann das alles zusammenschmeißen und zack, hast du dein Legendary. Das ist jetzt nicht wirklich aufwendig und auch nicht sonderlich kreativ in der Beschaffung. Ähm, aber fernab davon sehe ich den Sinn halt an Torgast nicht. Das mit der Seelenasche hättest du auch über Quests oder, äh, Dailies, Worldquests oder sonst irgendwas machen können. Aber warum genau muss ich dafür in diesen Turm, ja? Es ist ja nicht mal so, dass diese Seelenasche super schwierig zu bekommen wäre. Klar wird Torgast immer ein bisschen schwieriger und wir haben erst drei Ebenen aktuell freigeschaltet und das wird noch anspruchsvoller hinten raus. Aber, ähm, ich muss für diese Asche nicht wirklich hart spielen oder irgendwas Besonderes leisten. Es frisst halt einfach nur unglaublich viel Zeit. Und das finde ich macht Torgast echt langweilig. Schon jetzt nach zwei Wochen. Man rennt da rein, man hat für einen Run, weiß nicht, 20 bis 30 Minuten. Und alles, was man am Ende da rausholt, ist ein bisschen Seelenasche und eventuell eine Vorlage für einen legendären Effekt. Und das war's. Und das wird auch nicht besser, je mehr man da reingeht. Ja? Und hier fehlt mir so der Punkt, warum soll mich das auf Dauer motivieren, Torgast zu machen? Die einzige Sache, warum man hier reingehen wird, ist, wenn man neue Legendaries braucht oder, äh, abgecreatede Legendaries, ja? Dann brauche ich wahrscheinlich wieder Seelenasche, dann farm ich das ab und danach hat sich das auch wieder erledigt. Und klar gibt's noch irgendwann diesen Endlos-Modus, soweit ich das verstanden hab, wo man dann, ähm, Transmog und Mounts farmen kann und so weiter. Das ist schon wieder ganz cool, das finde ich auch ein bisschen sinnvoller. Aber ansonsten ist das gerade, man geht da jede Woche rein, damit man das Maximum an Seelenasche mitnehmen kann, was man halt gerade erhalten kann. Und das war's. Und, weiß ich nicht, dafür, dass das als eines der Features gehypt wurde, ist mir das ein bisschen wenig. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, in welche Richtung ich damit gehen will. Aber ich hätte zumindest erwartet, dass man am Ende beispielsweise Währungen bekommt, wo man sich Upgrades holen kann. Und das Ganze nicht durch Venari im Schlund macht, sondern durch eine Mechanik wirklich hier im Turm. Weil, ja, ich sammle Phantasma und kaufe mir dadurch Upgrades, aber die sind dann halt nach dem Run wieder weg. Und ich fände es schöner, wenn man das so gelöst hätte, dass man hier drinnen, dieses Phantasma-Farm, das dann bleibt. Und das während ich einem Run vielleicht nicht so super viele, ähm, Upgrades habe, aber mir die dann dafür im Nachhinein freischalten kann, dass die dauerhaft sind. Oder irgendwas Cooles halt, ne? Aber so, ich gehe da rein, prügel mich eine halbe Stunde durch, hier hast du deine Asche, das war's. Hm. Das fühlt sich irgendwie unbefriedigend an. Also, ich hätte mir gewünscht, so eine Währung am Ende, vielleicht auch mal ein Item, was droppen kann, oder von mir aus nur einmal pro Woche, was weiß ich, Transmog, was auch hier droppen könnte, oder auch hier Pets. Weil irgendwas einfach. Wie gesagt, ich hoffe, ihr wisst, in welche Richtung ich damit gehen will, aber die Visions of the Soth fand ich halt motivierender. Du hast Sachen bekommen, mit denen du dir, ähm, oder du hast hier Mementos gekriegt, mit denen konntest du dann ein Talent, Tree ausgillen, und du wolltest einfach von Mal zu Mal gefühlt stärker. Und das war cool, das hat Bock gemacht. Man hat ein Ziel gehabt, und das war auch damals bei diesem Chromie-Event in der Drachenöde so. Was ja auch so ein ähnliches Prinzip hatte. Da wurde man auch von Run-to-Run stärker und konnte sich Improvements kaufen. Und musste nicht, weiß nicht, jedes Mal quasi wieder von vorne anfangen und einfach nur für eine Währung reingehen, die man nur für ein einziges Item braucht. Also, ich weiß nicht. Dafür, dass es als eines der großen Features gehypt wurde, ist mir das ein bisschen wenig. Meine Frage an euch. Wie seht ihr das? Wie findet ihr Torgast bislang? Macht's euch Spaß? Macht's euch keinen Spaß? Wenn ja, wenn nein, warum? Würde mich gerne mal interessieren, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und würde das Ganze einfach gerne ein bisschen diskutieren, ob ich da mit meiner Meinung alleine bin. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle schon für euer Video. Ich halte mich kurz und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zusehen. Bleibt's gesund und reingehauen. Beideein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020